Herzlich Willkommen zu dieser Schlafhypnose. Bitte nimm eine bequeme Position im Liegen ein und schließe deine Augen. Mache dich nun bereit, gleich in einen wunderschönen Zustand der Ruhe und Entspannung zu gleiten. Wenn du bereit bist, dann fang an, ganz bewusst tief durch die Nase einzuatmen und wieder tief durch den Mund auszuatmen. Wiederhole dies ein paar Mal. Falls deine Augen noch geöffnet sind, dann schließe sie beim nächsten Ausatmen. Atme langsam und tief durch deine Nase ein und zähle dabei bis vier. Halte deinen Atem für zwei Sekunden an. Atme langsam durch den Mund aus und zähle dabei bis sechs. Wiederhole diesen Atemrhythmus einige Male. Sehr gut. Konzentriere dich darauf, den Atemrhythmus ruhig und gleichmäßig zu halten. Wenn Gedanken auftauchen, die dich vom Einschlafen abhalten, lass sie einfach vorbei ziehen und kehre sanft zu deinem Atemrhythmus zurück. Sehr gut. Liege weiterhin ganz entspannt auf deinem Untergrund und folge nur meiner Stimme. Deine Umgebung verblasst immer mehr und wird ganz unwichtig. Ich werde jetzt von eins bis sechs zählen und mit jeder Zahl wirst du tiefer und tiefer in diesen wunderschönen Zustand der Entspannung sinken. Immer weiter wirst du in den Status aus tiefer Ruhe und Harmonie gleiten. Atme auch jetzt weiter wie bisher. Atme bewusst ein und aus. Mit jedem Wort sinkst du weiter in deine Unterlage hinein. Du folgst meiner Stimme und kommst zur Ruhe. Dein Fokus liegt auf jedem meiner Sätze. Wort für Wort wirst du ruhiger und entspannter. Mit jedem Atemzug wird dein Körper entspannter und lockerer. Du spürst, wie sich deine Muskeln entspannen und jede Anspannung aus dir weicht. Deine Schultern, dein Nacken und dein Kopf fühlen sich immer gelöster an. Du entspannst dein Gesicht, die Schläfen, den Hals und den Brustkorb. Dein ganzer Bauchraum wird weich. Deine Arme, Beine und deine Füße entspannen. Alles in deinem Körper, jede kleine Muskelfaser kommt zur Ruhe. Und während sich dein Körper immer mehr und mehr entspannt, fährt auch dein Nervensystem herunter. Deine Gedanken werden zu Wolken und ziehen am Himmel davon. Deine Atmung und dein ganzes System werden immer ruhiger und ruhiger und ruhiger. Mit jedem deiner Atemzüge fährt dein Körper noch mehr herunter und dein Geist entspannt sich weiter. Und je mehr du dich entspannst, umso wohler fühlst du dich. Und je wohler du dich fühlst, umso mehr entspannst du dich. Und je mehr du dich entspannst, umso wohler fühlst du dich. Und je wohler du dich fühlst, umso mehr entspannst du dich. Vier Konzentriere dich weiter nur auf meine Stimme. Nichts kann dich ablenken. Keine anderen Stimmen, Geräusche, Worte, Menschen, Tiere oder andere Dinge. Nur meine Stimme nimmst du noch wahr. Alles, was sonst um dich herum passiert, sorgt nur dafür, dass du dich noch viel tiefer entspannst. Mit jedem Atemzug und jedem meiner Worte gleitest du weiterhin noch tiefer in die Entspannung. Du kannst die Kontrolle voller Vertrauen an dein Unterbewusstsein abgeben. Du bist sicher in dir. Immer dann, wenn ich Schlaf sage, dann fällst du noch tiefer in den Zustand der Entspannung. Schlaf 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 Untertitelung des ZDF, 2020